Nach einer schweren Arthrose der rechten Hüfte erhielt Erwin 2012 eine Totalendoprothese. Dabei wurde bereits eine beginnende Arthrose der linken Hüfte festgestellt, aber ohne relevante Beschwerden auf der linken Seite. Im Jahr 2019 sind die Schmerzen dann links zunehmend wie damals auf der rechten Seite aufgetreten. Um den doch längeren Leidensweg einer Operation mit neuem Hüftgelenk wie beim ersten Mal zu vermeiden, recherchierte Erwin und fand heraus, dass eine Langzeitstreckung der Gelenke Arthrose-Schmerzen lindert. Das Ergebnis seiner Recherchen war die Erfindung des Flex-Trainers. Zahlreiche zufriedene Anwender und klinische Studien bestätigen inzwischen die positive therapeutische Wirkung des Flex-Trainers. Doch was ist eigentlich Arthrose? So sieht ein gesundes Knie aus. Die Knorpeloberfläche ist glatt, der Knorpel hat seine ursprüngliche Dicke. So sieht das Kniegelenk im Frühstadium der Arthrose aus. Der Knorpel wird rau, bekommt Risse und verliert an Dicke. Im Spätstadium nimmt der Druck auf das Gelenk weiter zu. Der Knorpel wird dünner, bis Knochen auf Knochen aneinander reiben. Genau hier setzt der Flex-Trainer an. Durch die Streckung bzw. Traktion wird ein Gelenkspalt erzeugt, der eine Regeneration des Knorpels und des Knochens ermöglichen kann. Und die Gelenkflüssigkeit bekommt wieder Platz zum Schmieren des Gelenkes. Die Anwendung des Flex-Trainer-Single erfolgt in der Regel täglich beim Fernsehen oder Lesen. Der Anwender sitzt bequem auf einem Sofa und befestigt die Manschette am Fuß. Dann zieht er das Seil so weit an, dass das Gewicht leicht vom Boden abhebt. Etwa alle 5 Minuten zieht er das Bein 3-4 Mal so weit wie möglich an. Nach Ablauf der Therapiezeit von etwa 30 bis 60 Minuten wird die Fußmanschette abgenommen und die Therapie ist beendet. Im Shop können Sie einfach und sicher bestellen. Eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie macht es für Sie völlig risikolos. Ich nehme dich lokal an zu, was ich bis kurz ober帮or an muss. Untertitelung des ZDF, 2020